so leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal jetzt mal ein game ja mann waffenspiel oh shit wir versuchen jetzt alles zu gewinnen ja mann ach fuck leute auf jeden fall spiele ich jedes part spiel einmal ich hatte es dann für euch zusammen oh shit man das wird witzig auf jeden fall hätte ich den noch geholt wäre es so witzig gewesen mann so ein bastard mann komm schon alter alter wie habe ich den noch geholt haha ich bin ja nicht mal erster mann ich bin so schlecht man oh shit ach kacke man es war schon fast unmöglich nice nice ach komm mal ich habe so gewusst dass er da kommt irgendwie ja leute heute auch ohne facecam mal weil es ist schon echt am abend und man sieht einfach null in meinem zimmer man sieht gar nichts mehr man würde nur so einen schatten von mir sehen ist schon witzig wie er mir das leben gettet der typ oh ich triff ihn noch haha ja mann komm schon ist nur noch mit dem scheiß teil treffen ach da ist er ich dachte rechts servus servus digga trifft doch oh gut bam nice ding nice ding leute so dann würde ich sagen wir sehen uns bei scharfschütze oder so wieder keine ahnung was als nächstes kommt werdet ihr gleich sehen man bis gleich in den arsch alter so leute ein im lauf ist doch oh prezi stimmt alter hunderter prezi hier hier muss man die prezi beweisen leute mann alter der hat die prezi ich habe mich nicht getraut abzudrücken irgendwie könnte das auch bei einem lauf nein was zu dumm zu messern was was ja mann ich bin so dumm ich bin dümmer als ein scheißhaufen letztes leben schon habe ich auch gut ja mann oh man toll jetzt kann ich dem spack aus hier zuschauen leute ach das game das ist so hm so waffen äh oooook wer jetzt scharfschütze ist hier am start alter was bei dem denn los wir haben auch noch schnellfeuer in der kackwaffe drin wie kann man nur alter zerfetzt seien ja übel maul erlaut da oh shit alter alter gott es lag ja wie die peste alter das ist ja mein host oh gott man ich komme nicht in die tür gar nicht trottel und der hat einfach 15 eins nein mann komm was echt alter ich bin zu dumm um zu aimen hä ey solche fails man okay alter der hackt doch der hackt doch kann man den überhaupt töten alter wahrscheinlich alter nie im leben ja komm alter was ist das für ein wichser fuck was ist haben mich noch so viel überholt, Alter. Oh, Mann. Fuck. Leute, das Game war nicht meins, oder? Würde ich sagen. Holy shit, Alter. Und jetzt kommt noch Stock und Stein, Leute, Mann. So, Leute, ich bin hier gejoint. Es sind erst 20 Points, also von dem her. Ja, genau. Jetzt klatsche ich die jetzt einfach hier weg, würde ich sagen, Mann. Hä? Alter, wenn der nicht drauf war. Gott. Jawohl. Nein. Komm schon. Jawohl. Quickscope, quickscope. Trickshot, oder? Er trifft halt ernsthaft, Mann. Hä? Obwohl er nur so niedrig zielt, Alter. Oh, shit. Geowned, würde ich sagen. Nice, den da hinten... Der, der... AFKs haben wir auch. Fuck, Alter, hä? Spinne ich, Alter. Ah, Alter, bin ich gut. Oh, mein Gott, Alter. Das ist so böse. Das ist so böse. Mann. Mann. Leute, Mann. Was war das denn, ey? Demütigt mich einfach kurz vor Spielende. Richtig belastend wieder mal, würde ich sagen. Ich habe aber am zweiten meisten Kies. Also passt schon. Und dann bin ich auch noch dritter geworden, obwohl er mich gedenütigt hat, der Typ. So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich schmeiße mir meine Himbeerge ein. Genau, habe ich gerade bekommen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut's rein und... Ciao.